Kennt ihr das? Da willst du dann endlich dich zocken Und das ist... Der Kontroller geht nicht Nein, doch! Wenn der Kontroller geht Der geht natürlich wie immer nicht Mit Arsch und Zirn Ja Wenn du verbunden bist, warum geht's da nicht? Oh shit Oh shit Kotze, ehrlich Oh shit, I'm sorry Scheiß Kontroller, ehrlich Ach so, ein Headbagger immer mit dem Ding Du musst immer wissen wo, pipa, bo Geht nicht Sag ich nicht Das geht Jeden Tag das gleiche Theater Ich fach mich einmal hinten Hallo So Gott mit Es ist so ein Kotze 4 3 2 1 Jetzt Das Theater Immer mit dem Scheiß Kontroller Äh? Ah, Kapitel 3 Äh? 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 Herzlich Willkommen Hab ich das schon gesagt? Nein, mein Feuch Was hab ich denn da drinnen? Counter So, jetzt aber Nice Papierpuppen Kapitel 3 Hochstapler-Syndrom Kapitel beginnen Oh, nee Oh, nee, oder? Nein, doch Ah 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 Es geht kurz und dann geht's nicht Ah Ja, da haben sie recht Mach es drücken, was du willst Zappel nicht, das geht Oh, Mann Gott nicht Äh? Äh? Ist ein Kotze ernst Aber jetzt Komm ich da auch nicht mehr zurück? Gott nicht Gott nicht Liegt es an dem Kontroller oder liegt es an dem Schiss Cloud Gaming? Ich glaube hier ist nicht an dem Kontroller Oh, Mann Gibt's das nicht, oder? Äh? Äh? 5 4 3 2 1 Wie ist die Rakete immer in der Cloud ankommt, gah? Gute halt auch, sie zieht 1 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 6 5 9 5 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 6 6 5 6 6 6 6 7 7 8